Das funktioniert schon mal ganz gut. Jetzt soll der Ding mit der Herrung etwas machen. Was mache ich also? Eins, zwei, drei, hier hin. Hier kann ich ihn schon mal weiterziehen. Das ist eine tolle Sache, was ich immer besser finde. Das ist, wenn ich den hier arbeite, den sofort. Und das ist was, Arsch an Arsch, ganz wichtig. Und so kann ich ihn halt mitnehmen. Dann komm mal eben. Guck mal raus. Scheiße ist das, wenn ich so einen Typ wie den da habe. Guck mal her, so ein Urviech, den du nicht, wenn du nach der gleiche Situation ausmächig mit dem hier weg und versuch das mal. Er weiß natürlich, zieh den Arm rein, jetzt kriegst du ihn denn. Hier hast du die gleichen Schotze. Boom, der sinkt voll in den Hals raus. Aber was ich hier genauso bei ihm hatte, war auf diese Hand hier dann der Gesteckte. Ich hab den, zack, boom, die kontrolliert hier. Hier. Nicht hier, dass er hier aus Barsch ist. So, ich kontrolliere ihn hier. Und jetzt bin ich wieder am Zug. Der Flo von alleine kommt mit dem Bewege. Weil den jetzt hier mit sowas zu kriegen, das ist eine Urviech ganz genau. Der kann das allerdings machen, dass es sich halt spielen. Also, voll in die Fresse. Also, okay, komm. Okay, komm. Komm, komm, komm. Hey. Hey.